Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Challenge Shrifts. Wir befinden uns in der Woche 148, mit dabei ist der Dämonenjäger und der Max. Hallihallo. Hallöchen, ja. Heute spielen wir mal wieder nach langer Zeit. Ich glaube, wir haben schon wochenlang keinen Demon Hunter mehr gespielt. Ein Demon Hunter, und zwar geht es hier um den Stein für Mächtnis der Träume. Und zwar ist das Ganze passierend auf dem Schnellfeuer. Ihr seht die Sachen im Cube, und zwar ist essentiell wichtig der Köcher. Der macht nämlich schon mal mehr Schaden und nimmt die Kanalisierungskosten weg. Die Waffe dagegen macht mehr Schaden, also 100%. Das Ganze bis zu 30 mal stapelbar. Ist richtig nice. Die Krone, ja, gewiss das selber, könnt ihr vernachlässigen. Da könnt ihr alles andere reinpacken. Könnt ihr zum Beispiel den Kopf reinpacken. Der ist nämlich ganz nett. Rache erhält, Infekte, Rune, dunkles Herz. Damit könnt ihr nämlich auch eine andere Rune einpacken. Die haben nämlich hier drin, und zwar Flankenkanonen. Ja, ist ganz nett. Und zwar, wie gesagt, viele Wunder, ich werde es wissen, und ich werde es nicht, für die es nicht wissen, für Mächtnis der Träume ist ein legendärer Edelstein, den man garantiert im zweiten Challenge, also nicht im Challenge Rift, sondern im großen Portal findet, im Greater Rift. Und wenn man den levelt auf 25, gibt es einen Zusatzbonus. Der ist hier recht gut aktiv, weil der auf 30 gelevelt ist. Wir haben neun Items in Uralt an, und der Rest ist halt normal an, und dadurch kriegen wir halt Schaden. Ja, das ist so ein zusammengewürfelter Haufen Schrott, behauptet einfach mal. Wie gesagt, es ist alles Uralt, es ist nichts, irgendwie was aufeinander abgestimmt wäre. Wenn der Objekt zerstört gut, gibt es beim Harmschirm ein bisschen Geschwindigkeit. Es gibt einen Freitod, also ihr könnt einmal sterben durch die Brust. Euer Begleiter macht ein bisschen mehr Schaden, den ihr dabei habt. Die Waffe macht ein bisschen mehr, also gibt Todgeweiht auf dem Ziel. Die Schuhe, halt Immunität gegen Einfriedenseffekte. Der Köcher, Elementarpfeil, hat verschiedene Sachen. Bringt euch gar nichts, weil ihr kein Elementarpfeil dabei habt. Das Klagen der Herrscher ist zum Beispiel das Pandort zu dem Edelstein. Aber ja, das Ganze, wie gesagt, ist ein zusammengewürfelter Haufen Schrott. Wir gehen nochmal kurz über die Fähigkeiten drüber. Wie gesagt, Ausweichschuss werdet ihr hier nicht brauchen. Essentiell wichtig ist der Schnellfeuer mit Hochdruck, haben wir den hier drin. Aufspießen ist eigentlich für den Melee Hunter, das brauchen wir hier auch nicht. Salto ist ganz gut, ist zwar geschüttelt und nicht gerührt drin, anstatt Flickflack. Ich hätte eher Flickflack eingebaut, weil damit hast du noch einen zweiten Roll. Ja, dann geht es weiter mit Rache. Und zum Schluss haben wir den Wolfsgefährten, der noch ein bisschen mehr Damage gibt, wenn er aktiviert. Die passiven Fähigkeiten sind unter anderem mehr Crit-Chance. Solange sich kein Gegner befindet, also steht auf Range, damit auf über 10 Meter 20% mehr Schaden. Durch die Handarmbrust gibt es 5 Crit-Chance mehr. Und zu guter Letzt 40% mehr Schaden an Gegner mit mehr als 75% Leben. Ja, das Ganze war so das Gute. Genau, Max zeigt es im Hintergrund schon mal. Ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist so lange die Guide-Erklärung. Der Rest folgt im Rift. Was gibt es zu beachten hierbei wirklich? Ihr seid sehr squishy, also steht nicht am Mob, sondern steht weit weg. Aktiviert, Rache aktiviert euren Gefährten, steht auf Range und ballert einfach am Rand des Wahnsinns, behauptet ich jetzt mal einfach, kreuz und quer dahin. Ja, ihr habt eh keine Kosten, also ihr könnt den Dings spammen ohne Ende, den Schnellfeuer und damit stirbt alles, ja. Also, wirklich schon auf Wehen stehen, ich habe es da oben gerade gesehen, blaue Kugel von den Bossen, ja. Es ist ganz nett. Ja, man ist bloß eben nicht mobil, weil man halt stehen bleiben muss. Ja, man kann zwar rollen, aber wie gesagt, die Rolle ist halt... Ja, aber dann hörst du ja trotzdem auf zu schießen. Ja, die kann ich jetzt, die Dinos-Kosten sind weg. Das heißt, sobald du aufhörst und wieder einsetzt, kostet dich das was, ne? Es kostet dich nur halt die Dauer der Kanalisierung, kostet dich nichts, ne? Das ist halt der Nachteil, überhaupt jetzt einfach mal. Oh, ihr seht's da gerade. Da ist der Blau Mob zum Beispiel einfach nur gestorben und geplatzt. Die Kugeln, so ist die Linie hier unten. Ach, überhaupt, das ist typisch Max, die bleiben halt immer liegen, ne? Nein, der Mob ist mir da hergehüpft. Ach so. Ich dachte schon wieder, wie immer. Ja, aber es gibt es ansonsten zu groß, euch zu erzählen. Es ist halt, wie gesagt, Vermächtnis der Träume. Wir haben den gelben Stein noch an, den ihr immer im ersten Rift findet. Es gibt ansonsten ja echt nicht zu viele zu erzählen. Es ist halt diese Woche mal wieder ein Rift in Stufe 45. Sonst sind die meisten Stufe 50 gerichtet. Oder 55. Daher. Ja. Jetzt sind wir an dem Schildpylon vorbeigerollt. Ja, den habe ich unten. Also, eine Zeit bin ich vielleicht nochmal in unten. Das ist der Schildpylon. Den haben wir vergessen. Ähm, falls ihr jetzt fragt, woher wir das wissen, wir haben das schon mal getestet alles. Hier ist nämlich auch kanalisieren. Genau. Ähm, wir nehmen mal kurz die Karte ein. Und zwar ist unten, dass ihr mir rechts rumgelaufen könnt, die kleine Ecke. Da ist noch ein Schildpylon. Also, lauft rechts rum, ist besser. Dann gebt ihr noch ein Schildpylon. Ansonsten immer straight nach oben laufen. Ist eins zu eins dieselbe Ebene, als wenn ihr zu Asmodan lauft in Story Mode. Deshalb, ja. Genau. Ähm, viele von euch wissen es schon, die Stammzuschauer. Ansonsten, wenn ihr noch kein Stammzuschauer seid, macht doch. Oder klickt einfach auf den Abonnieren-Button. Wir machen jede Woche eine Challenge-Shift. Versuchen euch da so das zu vermitteln. Unser Wissen nach all den Jahren. Ich glaube, wir sind es acht oder neun Jahre, Diablo 3, ne? Seit Diablo 3 rauskam. Genau. Was wir uns angeeignet haben, denn ich stelle immer wieder fest, viele haben das Wissen noch nicht so verinnerlicht und wissen nicht, wie das am besten geht zu spielen. Wir wissen vieles auch nicht, Spoiler. Ja, aber das, was wir wissen und was wir weitergeben können, versuchen wir hier zu vermitteln. Verschiedene Kombos, verschiedene Taktiken, was sich manche Leute dabei denken in so einem Challenge-Shift. Warum so die Sachen kombiniert haben, ne? Also daher, lasst doch gerne mal ein Abo oder Feedback da. Oder wenn ich sonstige Fragen habe, die einfach nur Diablo 3 allgemein betreffen, auch das ab in die Kommentare. Ops, ich mach mal kurz. Genau, hier Ebene 3, einfach am besten unten halten. Da ist nämlich nochmal so ein Verbindungs-Schrein. Und dann würde ich sagen, gehen wir auf Ebene 3. Genau. Und für die Nicht-Jump-Zuschauer, es gibt hier auch gleich noch Nachtrag. Also schaltet nicht zu früh ab, denn da gibt es nochmal unsere Bestzeit, die wir raushauen. Ebenso wie... Oh ja, toll, Gift, danke. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Aber ihr seht, weit weg stehen einfach, wohin paar laden und das passt schon. Ja. Ja, also unsere Zeit vorerst, bevor wir den Nachtrag raushauen, ist 3,36, 7. Damit sind wir erstmal weit weg. Fast, Platz 1. Fast, ganz fast. Die neuen streichen wir, dann sind wir Platz 1. Nein, wir sind Platz 3,36. Und wenn ihr euch fragt, wie ich gerade instant auf meine Position herbekommen bin. 3,36? 3,36. Bei mir bin ich 19. Ja, die Zeit ist 3,36. Ach so, ja. Ja, ja, genau. Und wenn ihr euch fragt, wie ich instant auf meine Platzierung gekommen bin, wenn ihr euch suchen wollt, klickt oben auf die Stufe 45, auf die Zeit. Dahinter ist ein Button verlinkt und der zeigt euch direkt die Position an. Da müsst ihr euch nicht suchen. Aber ja, ich würde sagen, wir machen das Ganze nochmal 36, 37 Sekunden schneller und würden euch dann die sonstigen Informationen gleich im Nachtrag klarlassen. Unser Nachtrag, unsere Zeit derzeit, ist 2 Minuten 39, 8,33. Da wollen wir nochmal kurz aufs Leaderboard gucken. Wer ist, wir sind? Ja. Wir haben Platz 1 erreicht mit einem kleinen Abstand. Aber unsere Freunde Max von Undertaker, Grüße gehen raus. Kommen später noch oder morgen noch oder irgendwann im Laufe der Woche. Die machen das immer mehrere Stunden. Die werden das so auf 2 Minuten 10, denke ich mal, drücken. Ja, das ist unsere Bestzeit. Was haben wir besser gemacht? Nichts. Wir haben einfach keine Einblindung gemacht. Wir sind gelaufen, haben mehr Salto gedrückt und sind einfach durchgelaufen, ja. Also mein Tipp ist, Man kann halt die Pylonen besser chainen, wenn man sich drauf konzentriert und einfach nur durchläuft. Genau. Das ist halt, genau. Wenn euch auch die Zeit wichtig ist, müsst ihr das 2-3 Mal machen, um dann ein Gefühl für zu kriegen. Mein Tipp auch ist, wenn ihr auch mal nach vorne rollt und gerade am Kanalisieren seid, zieht den Mauszeiger einfach, wenn ihr auf oben seid, einfach mal nach unten, dass ihr auch hinten nochmal die 2-3 Mobs töten könnt, die vielleicht nur angehltet sind. Das bringt auch teilweise ein bisschen Zeit, dann könnt ihr nämlich ein Stück weiter rollen, um dann wieder mehr zu kanalisieren. Das ist aber eine Sache, also das Gefühl muss man dafür kriegen und ja, einfach ausprobieren. Antworten würde ich sagen, wie gesagt, wenn ihr wirklich Fragen oder Anregungen habt, Feedback in den Kommentaren da lassen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und verabschiedet mich jetzt. Bis nächste Woche. Bis dahin.